Mein Name ist Alan, Alan Chibambe. Ich komme aus Kongo, eine demokratische Republik Kongo und ich bin in Deutschland seit 17 Monaten. Ich habe Deutsch gelernt für sechs Monate. Jetzt ist mein Deutsch nicht so gut, aber ich kann langsam sprechen. Ich möchte über den Integrationsprozess sprechen. Heute ist die Situation für Asylbewerber und Flüchtlinge ein großes Problem für ganz Deutschland und Europa. Ich weiß nicht, weil Sie eine Lösung haben. Wir können zusammen diese Situation tauschen von problematischen Situationen zu einer Möglichkeit für Zukunft ein Projekt zusammenarbeiten. Heute wollen wir unsere Arme für Hilfe fragen. Aber wir möchten in Zukunft unsere Arme für etwas zurückgeben zu Deutschland. Und wir brauchen, ich weiß nicht, wir brauchen Ihre Hilfe für diese zu machen. Haben Sie einen Plan? Beim Staat bedanken kann man sich, wenn man in die Arbeit geht, wenn man seinen Lebensunterhalt selber aufbringt und wenn man sich einfach in die Gemeinschaft integriert. Aber wenn ich Sie mir alle anschaue, da sehe ich überhaupt kein Problem. Wir wollen keine Dankschreiben oder sonstiges, sondern einfach in der Gesellschaft mitleben. Und wenn ich Sie alle anschaue, sind ja lauter wunderbare Menschen. Ich weiß nicht, dass wir ihn in der Gesellschaft mitleben und ein paar Möglichkeiten sind. Ich weiß nicht, dass wir uns jetzt mehr und vielleicht nicht mehr ansehen, uns das familiarity mitnehmen. Vielen Dank.